Moin meine geilen Schnittchen und herzlich willkommen zurück zu einer Folge GORFITS mit rübsendern Pederchen und schreienden Brummi. Und ja, passt auf. Passt genau auf meinen Schwanz auf. Oder auf Peters Schwanz. Der ist nämlich ein ganz besonderes. Wie das kenne ich schon. Leute, war ich da nicht bei? Das ist richtig. Aber liebe Zuschauer, falls ihr letzte Folge nicht dabei wart. Genauso wie ich. Guck das jetzt an. Wie da keinmal einmal rum durchkommen ist. Egal. Aber ich seh ganz viel Pidsmeet Controller. Yes. Sexy. Stop, 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 stop. Ach Leute, ich dacht das wär so ein Ding wo ich... oh nein. Ich dacht das wär ein Schild. Dachte ich auch, ich bin aufzieht. Nein, das fängt doch schon wieder zu kotzen an. Jetzt kannst du dich mit Effia zurücksetzen. Wow, brav smart, ey. Da wäre der Jay von alleine nicht drauf gekommen. Ja, aber ich wollte ja nett sein. Ja, weil ich eh schon komplett im Rückstand bin, weil hier alles scheiße gerade läuft. Komm, genau hinter den Pfosten. Ne, ne. Okay, jetzt habe ich euch noch ein bisschen mehr Vorsprung gegeben. Ja. Das haben wir jetzt keine Gründe, warum ich das letzte Mal nicht habe. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst-Spiel! WANN! Das darf ja auch nicht wahr sein. Ja. Ja-woSC-as-was ist denn hier los? Alter, das Eis fickt mich gar nicht mal an. Oh Mann, ich dachte ihr巴-Scheiße mit 5. Oggy-從, ougy-cks. So, abkürzen. Incoming. Wo müssen wir lang? Alter, das war gar nicht so schlecht, glaube ich, was ich hier gemacht habe. Ja, aber du wirst zurückgesetzt, weil das nicht deine Bahn ist. Oh, fuck. Aber wenn du ein anderes Loch direkt triffst, zählt es trotzdem für dich zur Info. Echt? Ja, stimmt. Das haben wir ja letztes Mal auch schon getestet. Krass. Was ist das Schwarze hier? Das gefällt mir irgendwie nicht. Also, lol. Alles klar. Das ist nur ein Grafikfehler. Lol, da kommt man nicht durch. Äh, nicht durch. Nicht durch, Junge. Da kommt man einfach nicht durch. Alter, es läuft hier gerade richtig scheiße, Mann. Ich kann nicht mal mehr auszielen. Machen wir nochmal. Oh, shit. Oh, Bram. So geht das aber nicht. Ich war drin! Ja, das stimmt, Jai. War wirklich drin. Alter, fick dich, Spiel! Was hast du? Pech kommt auch noch Wichserei dazu. Was soll denn denn? Der Unvermögen. Nicht Pech, ja. Das ist Unvermögen gewesen. Aber was soll das denn, ey? Das ist schmuh. Das ist ja schmuh. Jetzt bin ich auch noch ins erste Loch gelandet. Okay, ich nehme das zweite. Ja, komm, ey. Fick mich. Ach, fick mein Anus, ey. Gerade nicht. Ich fühle mich gerade richtig hart durchgenommen. Was ist das jetzt? Nein, das ist Wasser, oder? Nein, 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 nein. Wie unfair ist das, bitte? Stopp, 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 stopp. Oh, da ist Bram. Welcher war Hole in One? Welches Rohr? Drei. Drei, okay. Mr. Zylinder hat gerade echt nicht so viel Glück. Und wieder zurück. War das jetzt der Start? Oder sind wir jetzt weiter? Also wir haben gerade den Start gespielt. Und jetzt? So, und jetzt wieder da zurück. Ja. Oh, nein. Und zwar, diesmal landet man dann oben drauf. Hä? No. What? Nope. Nope. Das hat nicht funktioniert. Wo denn? Hier, da, wo ich liege. Dann hättest du ein bisschen härter schlagen müssen, Jay. Ich komme den ganzen Tag gegen irgendwie eine Decke. Jawohl. Ach, lol, Alter. Oh. Ich muss das vorschlagen, Bram, oder was? Das finde ich nicht gut von dir. Nee, ich. Das ist gut. Alter. Ich muss halt mal kurz zielen. Bitch. Darf ich das nicht mal mehr? Bitch. Ah, jetzt musst du das gleich nochmal machen. Wieder hin und zurück, okay. Alter, wie viele Schläge dürfen wir? 12. Das könnte ein Problem werden. Und wenn du 12 hast, musst du auch du manchmal 14. Ich glaube, hier oben stehe ich nicht so geil, hä? Weiß ich nicht, ob du davon aus gut da hinkommst. Nein, 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 nein. Boa, Jay ist auch angekommen. Ja, irgendwann bin ich auch mal angekommen. Das ist echt... Ey, was ist das denn für eine Gichtaufnahme gerade? Okay, mit dem elften Schlag könnte ich jetzt rein machen. Jawoll. Holy shit. Bram hat Paar gemacht. Respekt, Bram. Ich hab 30. Was ist das? Hm. Passt. Fuck. Peter hat das auch versucht so hinzukriegen. Eagle. Nicht schlecht. Aber wir haben einen Birdie. Scheiße. Wir hätten hier noch was können. Da hast du absolut recht. Ja, sehr gut. Dass du auch mal ein paar Pluspunkte sammelst. Ja, Mann. Nein. Wenn das schon dreimal nicht geklappt hat, kann man ja nur mal ein vierte Mal versuchen nicht zu klappen. Ich spiel nicht immer gleich. Ich geh immer weiter nach links. Damit ich... Scheiße. Damit du wieder an der Selbststelle landest. Ja, das ist nicht der Plan, my friend. Achso, okay. Ja, der Plan ist wahrscheinlich dir da direkt ins Loch einzugehen. Ja, das wär doch... das war doch mal... Komm schon, komm schon mal, komm schon mal. Tram, dann hast du jetzt drei... fünfmal dasselbe Ergebnis gehabt. Ja, nice. Jetzt nicht ragen, Bram. Nicht ragen. Nicht zu hart jetzt. Tram ist nicht... Tram ist schon... Jetzt... jetzt genau... Genau so war ich auch, Bram. Jetzt einfach geradeaus runter. Ja, genau. Ja, sehr gut. So hab ich dann auch gemacht. Ja, das hätte ich auch gemacht. Ja, aber was hast du denn nicht direkt gemacht? Ja... Du weißt doch, zwischen theoretischen Gedanken und praktischer Umsetzung liegen manchmal halt Welten. Ja... Oh, was ist das denn schon wieder? Naja, einfach mal volle Politik. Oh! Ja. Ich bin aber an einer Bahn gelandet. Nee. Nicht richtig. Das ist doch ein gutes Loch, was ich hier hab. Ja, das war hole in one. Was?! Das ist nicht der scheiß Ernst, Feder. Doch! Das ist nicht im Ernsten hole in... Alter, wir haben hole in one gemacht. Oh, komm schon! Wie kann man denn dort... Hole in one in drei! What?! Wo ist denn das hintere Loch? Wetten, dass ich nicht ins hole in one komme? Ich glaub schon. Ich glaub, da geht's halt gar nicht anders. Oh. Hole in one in... Nee. Ich hab den Unterschied nämlich mittlerweile gelernt. Was? Das ist fake. Oh. Richtig Gas geben, Jungs. Hier darf ich wahrscheinlich nicht liegen bleiben, wo ich jetzt bin. Richtig Gas am Arsch! Wow. Oh. Komm! Komm! Lul, hier ist Play-Area. Du bist nicht im Ernst da oben drauf gelandet, oder? Ja, ich bin auch auf so einem... auf so einem Holzbalken bin ich gelandet. Ich konnte es in zwei schaffen. Scheißlacka! Nein, nee, Skill. Nee, ne? Das ist nämlich die Abwesenheit von Skill, was ihr gerade seht, liebe Zuschauer. Und Zuschauerinnen natürlich. Vor allen Dingen Zuschauerinnen. Ja. Ja. Alle drei. Ja, alle drei. Ja, genau. Alle drei weiblichen können einfach in die Kommentare schreiben. Ui, ich bin weiblich. Und dann kommen ganz viele männliche Zuschauer von euch. Ja, ich schicke euch da private Freunden... Alter... Hahahaha! 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 Oder so. Hahahaha! 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 Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Jack! Guck, wie viel Lack du hast, ey! Jawoll, ey! Hahahaha! Ich hasse das Spiel! Pass auf, mein Tipp ist, dass das nicht genug ist, durch das erste Loch zu gehen. Mach das zweite, das ist gut. Ja, der dritte ist gut. Ich glaube, der zweite war das schlechteste, was ich hätte machen können. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Der dritte ist nämlich auch mega scheiße. Ich bin durchs dritte! Hä? Kommen wir uns gerade entgegen? Nicht dein Ernst. Ich muss in die andere Richtung, Peter, oder? Scheiße, bin ich jetzt falsch gemacht? Peter, du musst auch in die andere Richtung. Jo, stimmt. Ich muss auch in die andere Richtung. What the fuck ist denn da los? Ah, ist klar. Komm, schau, komm, schau, komm! Albatross, Junge! Scheiße! Jetzt darf ich nicht... Guck mal, ey, Alter! Physikalisch... Unmöglich, wie ich hier liege! Jetzt roll, du scheiß Volkser! Oh, Bram! Das war... Das war nice. Das war ein Doppelloch, quasi. Ja, aber leider habe ich zurückgesetzt worden. Oh, lol. Aber ändert nichts daran, dass ich dafür keinen Extraschlag bekommen habe, weil beim Zurücksetzen ist der komischerweise runtergefallen. Okay. Hier, warte mal. Was habe ich jetzt auch gemacht? Hä? Wenn ihr das erkennen da... Oh, das war nice, Bram. Das war mit Gefühl. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Da kann man nichts gegen sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das von der anderen Seite nicht einfacher ist. Ne, ist gleich die Höhe eigentlich. Meine ich. Alter, die Mucke ist mega nervig hier auf dem Level, ganz ehrlich. Die ist richtig nervig. Das waren mal wieder lockere Elfschläge, die ich mir dazu geballert habe, ey. So eine Scheiße. Warte mal. Das ist doch Quatsch, über die Dingens zu gehen, oder? Warte mal. Da ist doch das Ding. Das ist doch scheiße. Hallo? Oh. Oh fuck. Ach, da muss man hin. Ah, nein. Oh. Leck mich. Stopp, 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 stopp. Nein. Oh, der war nice. Wenn ihr mal die Glück gehabt habt. So, jetzt darf ich euch Bongos auch mal zugucken. Auslandsweise. Sehr schön, Peter. Der ist gut. Nice. Dankeschön, Dankeschön. Hat trotzdem 6 gebraucht. Oh, der war auch gut von Bram. Oh, der war richtig gut. Oh. Richtig gut daneben war der. Der war trotzdem richtig gut. Doch, Bram. Ich weiß auch nicht, warum ich so gemeint war. Das war echt mega gemeint. Ja, aber ab jetzt bin ich serious. Ja, nur mit dem Scheidweiß. Ja, ich möchte dich gewinnen lassen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt macht die krassen Cheats. Mann, wieso fliegt der denn immer wie die letzte Kackkuh? Hier liege ich scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, wie viel unglücklich ich habe. Oh. War das gut? Ja, hier musst du hin früher oder später, glaube ich. Außer du bespringst das irgendwie. Ich weiß nicht, ob Bram das geschafft hat. Ich habe mich da noch nicht berührt. Oh shit. Warum wirst du dich denn so gerade? Ich bin halt einfach so im Kreis geflogen. Dann war irgendwie lustig. Was denn? Paar, Junge. Paar deine Mutter. Boah, Paar oder? Boah, Triple Boogie habe ich, ey. Ich bin einfach der schlechteste Spieler der Welt. Black Long Snake ist hier echt AFK. Da bin Boogie, scheiße. Ja, du bist ja nicht Black Long Snake. Du bist J gerade. Jetzt bin ich gerade echt J. Black Long Snake ist wunders. Er übt gerade PUBG. Wo braucht er nichts? Du bist doch richtig J. Das stimmt nicht Oh Gott, bitte Mama Ja Hallo Ja, ist klar, weißt du Du kommst natürlich richtig geil um die Ecke Und Jane nicht Ja, weil ich profimäßig gezockt habe, Junge Oder einfach profimäßig zocken Weiße Kann ich da liegen bleiben? Nein, kann ich nicht Leck mich Boogie auch Krass Oh, nice, Bram Der war strong Oh, dann ist Peters, nehm ihr es in Strecke Na, das macht aber nichts Er kann ruhig mal ein paar Schläckchen holen Dann ist Peters, nehm ihr es in Strecke Ja, dann lege ich mich jetzt mal drauf fest Dann hole die 14 Ach, leck mich doch Ah, doch Jawohl Oh Mann, das hat weh Das klingt aber auch gar nichts an dem Ergebnis, wer letzter ist, zumindest Das ist gar nicht so leicht, oder? Ich verstehe Oh fuck Ach, leck mich Ach, leck mich Oh nein Oh Oh Bram, Alter Holy shit Das war Ja, ich dachte auch Ja, ich merke das schon Ich sehe das schon kommen Noch nicht Oh, lol Mach ich das denn am besten Also Das war smart, ey Oh Huiuiui Hat das doch noch funktioniert, ey Mann, 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 Mann Das ist ja alles nicht gut Wait a second I don't get out Oh, okay Fisch der Nein Nein Was ist das denn für Scheiß, Alter? Sehr schön Oh, Igel Igel Oh, das sieht gut aus Das sieht schlecht aus Das sieht schlecht aus Gut für mich, meinte ich Das ist aber wirklich eine einfache Strecke Eigentlich Ich mein, Jey hat die zwei geschafft Ja, richtig Oh, voilà Da ist bestimmt das geheime Loch drin, äh, Bram Jetzt Boah, Alter Bram, dich rage'n Oh Das tut weh, tut Oh Also eine 14 Hab ich noch nicht auf dem Konto Ah, die machst du jetzt auch Nice Nicht so viel Kraft immer Ja, nicht zu wenig Kein Mann, perfekt Das waren die 14 Oh Oh Gott, schon ist Bram 10 Punkte dran, äh Noch 6 Dinger, äh Krass Okay, what the fuck Scheiße, ich hab meine Maus bewegt Das war doch schon mal ein Fehler Kann man da nicht in der Mitte durch? Scheiße Ah ja, okay Was ist denn das Ziel? Okay Oh Lol, ich bin genau mit dich durch Ich mein, das geht tatsächlich Krass Ein bisschen lucky Das war jetzt ein bisschen scheiße Zack Oh, Bram versucht das andere Loch Ja, Bram Oh, das sieht aber nicht gut aus Ja, das sieht, äh Du musst das genau treffen, weil Sonst funktioniert dein Plan nicht Ja, ich weiß, aber ich Ja, sehr gut Wollts machen Nicht schlecht Ja Hab trotzdem aufgeholt Warte mal Wait a second What is hier der Plan? Bin mir grad nicht so sicher Ja, das war ein Fehler Ich dachte, man könnte am Anfang Oh shit Wow Hallo Hallo Ah, das war zu viel Bäm Scheiße Ah, da hab ich nicht genug aufgeholt Da hab ich nicht genug aufgeholt Und zwei Punkte, ey Das wird ja doch noch richtig knapp Mit dem letzten, ey Vier Punkte habt ihr gerade Unterschied Feier, feier, dummer Glück Ah Das wär ich nicht gemacht Aber das ist gut, dass ihr vorher geschlagen habt Moment, ist das jetzt ein Troll oder ist das kein Troll? Oh fuck Okay Ne, ich wär echt anders geschlagen Ich hätte anders geplant Das war kein Troll Ach so, not too hard Nicht von dir Oh, nope Ah Jawohl Scheiße, ich muss jetzt treffen Ja, danach kommt noch eine, ne? Ich weiß Ich weiß das Aber der bleibt ja mal hinliegen Oh, da hast du jetzt aber Also sechs sind schon eine Hausnummer Das ist schon, das ist schon scheiße Alter Snell oder was? Ja, was soll man sagen, oder? Okay, Peter hat natürlich mal wieder Keine Ahnung, wie der sich das schon wieder gemacht hat Power What? Nein, ich bin zurückgekommen Da fehlte mir Power Das ist ja schön, dass ich hier liege Das ist aber falsch Na, wo ist sie denn, Jay? Alter Okay, hier liege ich gut Alter, da hab ich runtergeschossen, die Drecksau Aua 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 Ja, da liegst du gut Pfff, komm, komm, komm Schade Das wär jetzt aber so krönend ab Leu Hm Mhm Da hab ich doch chillt Der verarscht mich jetzt doch, der Wichser Bist du nass Aua Oh Mhm Mhm Ja, probier's halt nochmal Du kannst es noch ganz schön häufig probieren Komm schon Das Stück Mhm Mhm Überbande, Respekt, Jimmy Jawoll, Alter Ja, Zweiter Fucking Ficker, aber dafür klatscht diesmal keiner Ja, Lakitu ist nämlich heute abwesen Das ist ja auch mal schön, Feder geht jetzt zu deinem Sieg Du bist trotzdem letzter Ja, das lag aber auch nur da dran Weil ich schon von Anfang gebrochen war Wegen diesem Bug Im zweiten Loch Da hatte ich schon direkt keinen Bock mehr auf das Spiel Das war glaube ich der dritte Loch Du bist eine Dreilochstute, haut rein Schüss